So, neue Spiel, neues Glück. Ich spiele mit der Ninjutsu Sora V2 jetzt gerade. Wir öffnen der Military Base raus. Wir müssen, ich sag immer wir, weil ich euch inkludiere da, wenn ihr da zuschaut. Das ist also jetzt nicht das königliche ihr, sondern einfach nur euch inkludiert, sozusagen. Wir müssen mal schauen, was haben wir denn zu tun? Top 2, 3 Midkits, ich muss 3 Midkits, Enemy, Headshot, Midkits, Headshot. Also die Midkits sind ganz beliebt hier, Midkits. Also ich muss 3 finden und 3 looten und 2 nutzen. Schwierig. Weil Midkits sind halt was, nicht so einfach. Und wie gesagt, was auch nicht so einfach ist, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier mit einem neuen Dier spiele. Was ist irgendwie? Oh. Das war der erste Headshot. Oh, da war noch. Soll er noch einen Headshot machen, oder? Wie war denn das? War da nicht noch einer, Juh? War da nicht noch. wo ist ja das ist ein gutes gut gut da geht es ab irgendwo hier hier vor allem weil ich noch kann es fernkampf war und ich kann auch noch nicht umschalten zwischen single feuer und mehrfach feuer also ich kann die schuss noch nicht umstellen das muss ich noch ändern hier die feuer den feuer modus hundert könnten doch die ace nehmen und dann das wegschmeißen doch besser noch besser oder immer die munition mit ja genau hier ein bisschen cool red dot sex scope passt würde ich so lassen oder lass mal so irgendwo links wird noch geballert hier 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 mit der hat nicht gecheckt gehabt glaube ich dass ich da bin Ich finde es so sympathisch wie der Lach Das macht echt einen Riesenunterschied ob man mit einer Links spielt, also hier sind die Throwables Alles klar Und jetzt muss ich noch umschalten Ich glaube ich mache das Ne, das ist schlecht Ne, warte mal Throwables Wie kann ich jetzt umschalten Wie schalte ich meine Waffen um Ich muss mir was überlegen Also ich meine den Feuermodus Keine Auto mehr da, oder? Schade Marmelade Ich brauche ein Auto Granaten haben wir ohne Ende Bandagen haben wir auch ganz gut Da kriegen wir noch ein Auto her, oder? Da kriegen wir noch ein Auto her So, jetzt ist die große Frage Wie kann ich Nachladen Äh, den Feuermodus ändern Das muss ich unbedingt noch fixen Irgendwie Das ist noch die andere Seite Wie ist denn das? Brauchen wir noch einen Headshot eigentlich? Möglich, ne? Ich renne da aufs Haus zu Ey Wie der letzte Noob Ist aber egal Ich glaube es ist keiner mehr da Das ist eine ziemlich weit Aushalterzone Ich glaube es ist keiner mehr da Ich habe zumindest die Hoffnung Dass keiner mehr da ist Da steht ein Auto Sehr gut Berg Schaffen wir es auch Berg ein Rein da Bei uns ist noch einer Bei uns ist noch einer Nur hier Was ist das? Was ist das? Der Typ war AFK Das kann gar nicht anders gewesen sein Was ist denn da passiert? Bitteschön Hä? Also ich habe es noch nicht ganz verstanden So richtig verstanden habe ich es noch nicht Bridge Game Ja oder nein? Das sieht nicht so aus Ja geht Okay super Ja ich mache gerade Tests Von Dingen Die ich normalerweise ständig mache Aber wie gesagt Neue Maus Bedeutet Bedeutet Neue Tasten Und neue Tasten Bedeuten Umgewöhnung Und deswegen muss ich Der Spray war nicht gut ey Der Spray war nicht gut VSS Oh das ist ein Problem Nee das ist nicht gut Ich stelle gerade fest Das heißt Das mein Mausverad hoch und runter Nicht geeignet ist Für First Aid Gedöns Links war einer Hier irgendwo Weil ich damit Oh ja okay Da muss ich mir was anderes überlegen ey Weil mit dem Mausrad Da sich zu heilen Ist natürlich gefährlich Da links war noch einer Es hatten Vorteile Um sich mit dem Mausrad zu heilen Aber es hat auch Nachteile Muss ein bisschen rumprobieren glaube ich noch Wo ist denn da noch einer Da war doch Glaubt noch irgendeiner rumgesprungen Oder Lass mich mal kurz In die Missionsliste schauen Top 3 West 3V3 3 Mad Kits 2 Mad Kits Engine Turned off Top 2 Hatshaw Hä Das hat es noch nicht aktualisiert Da bin ich mir jetzt nicht sicher Let's go Ich denke Perspektiven umschalten können Noch anders belegen Wo fliegt einer Das hat es noch nicht aktualisiert Oh ja Ich denke ich möchte Ich bin jetzt mal Ich denke ich bin jetzt mal Ich bin jetzt mal Links wird geballert. Vor uns. Irgendwo hier direkt vor uns. Oh, ein bisschen Pech hier gerade mit der Zone. Na ja, vielleicht komme ich auch mit ohne Super Keybinds irgendwie zurecht. Hier über das offene Feld laufen, ey. Das willst du nicht. Das willst du wirklich nicht. Aber es geht jetzt leider nicht anders. Das liegt aber einfach daran, dass ich so unglaubliches Zonenglück habe in den letzten paar Matches. Bemerkenswert. Da läuft dann die Böschung hoch. Seht ihr denn? Und weiter. Hier. 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 Der ist hier direkt vor mir. Einer zumindest. Von den Burschis. Oh, cool. Ja, den Schuss überlebt. 27 Bandagen, das ist gut. Festliches Rumgerenne gerade. Außerhalb der Zone. Der Buggy hätte sich schon rentiert, ne? 18 am Leben. Schaffen wir's? Boah, das wird knapp. Zieh der mich? Ja, ne? Der Kaspel ist hier irgendwo. Ich wurde gerade wieder mal von einem Bot gekillt. Wir schauen's uns trotzdem noch zu Ende an. Kann ich ein bisschen mit meinem Schicksal hadern? Der Typ war's? Habt ihr das gesehen? Der hat er überhaupt nicht ge... Okay, keine Ahnung. Vielleicht hat er einen ultra schlechten Ping? Kann sein. Schau mal, wie weit wir gekommen sind. Es sind noch drei im Leben. Reach Top 3 haben wir nicht geschafft. Reach Top 2 haben wir nicht geschafft. Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. Überfahrt doch einfach! Oh, war das cool! Das Ende war gar nicht so schlecht. Da ging ja einiges. Halleluja, war cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao!